Jetzt live aus Köln, der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Draußen ist Frühsommer, nein Spätsommer, aber es droht der Frühwinter. Das passt so ein bisschen zum Thema unserer Sendung. Wir reden auch über eine unerwartete Entwicklung. Diese Bundesrepublik, das Land, in dem wir leben, war in den letzten Jahren ja eine wunderbare Insel, wirtschaftlich gesehen. Um uns herum hatten fast alle Nachbarn mit anhaltenden Problemen zu kämpfen und bei uns wurden die Dinge immer besser. Und es war ein Aufschwung, in dem nicht nur die Unternehmensgewinne sprudelten, sondern auch die Beschäftigten was davon hatten. Mehr Jobs und nach langer Zeit real steigende Löhne. Und das bei Preisen und Sozialversicherungsabgaben, die stabil teilweise sinkend sind. Und weil alles so gut lief, entschlossen sich die Parteien der neuen Bundesregierung noch was draufzulegen. Rente mit 63, Mütterrente und das, was sich die meisten Deutschen lange gewünscht hatten, den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Aber noch bevor diese Wahlgeschenke ausgepackt sind, scheint die Konjunkturparty jetzt viel früher als erwartet zu Ende zu gehen. Die Wachstumserwartungen haben sich in kurzer Zeit praktisch halbiert. Und da stellen sich Fragen. War das große Geldausgeben voreilig? Was ist mit dem Prestigeprojekt dieser Bundesregierung, der schwarzen Null, dem ausgeglichenen Haushalt, ist das noch zu halten? Unser Presseclub-Thema heute. Wenn die Konjunktur strauchelt, steht Deutschland vor dem Abschwung? Und ich freue mich auf und über diese Gäste. Henning Krummra ist wieder bei uns, stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Guten Tag an Markus Zydra, Finanzkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Ruth Berschens, Korrespondentin des Handelsblatts in Brüssel, wieder bei uns. Und Petra Pinzler aus dem Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Pinzler, warum dieses Überraschungsei? Was ist passiert in diesem Land, dass wir bis in diesen wunderbaren WM-Sommer hinein eigentlich geglaubt haben, alles ist prima und plötzlich gibt es so dunkle Wolken am wirtschaftlichen Horizont? Wir haben schon in gewisser Weise geglaubt, dass wir resistent gegen die Krisen dieser Welt sind. Das war ja erstaunlicherweise auch so. Die Euro-Krise, vor der viele gewarnt haben, ist ja bei uns in den letzten zwei, drei Jahren nicht zu spüren gewesen. Nur wir haben sie nicht beseitigt. Die Euro-Krise ist nicht weg. Wir haben die Probleme mit Russland. Wir haben gleichzeitig eine Weltwirtschaft, die nicht mehr so wunderbar läuft, wie wir uns das gedacht haben. Und es kommt jetzt langsam bei uns an. Und was das Bedenkliche ist, ist, dass wir für dieses Jahr prognostiziert ein Wirtschaftswachstum von 1% haben. Da würden sich andere natürlich riesig drüber freuen. Die Franzosen wären glücklich, wenn sie das hätten. Aber die Tendenz geht nach unten. Also wenn man sich das in Quartalen anguckt, dann sieht es dieses Quartal eben schon schlecht aus und im nächsten noch schlechter. Das heißt, die Entwicklung geht nach unten. Herr Krummre, ist das nicht normal? So kennen wir doch Konjunktur. Das verläuft in Wellen. Es geht immer auf und ab. Das ist schon richtig. Und wir haben ja noch keine Rezession. Also selbst wenn wir dieses Jahr 1,2 haben, nächstes Jahr 1,3. Man muss sagen, es ist nah an der Stagnation. Das ist jetzt kein Niedergang. Einerseits ist es normal. Aber es gibt im Moment natürlich auch wenig Punkte, die einen nun besonders optimistisch nach vorne schauen lassen. Zusätzlich zu den Punkten, die Frau Pinzler schon gesagt hat, kommen natürlich Dinge dazu, die eigentlich insgesamt bei Unternehmen auf die Stimmung drücken. Das Thema Russland ist eigentlich von den reinen Zahlen relativ unwichtig, weil überhaupt unsere gesamten Exporte nach Russland sind 3 Prozent. Und die sind ja auch nicht alle weg. Die sind nur weniger. Aber wir haben die Unruhe und die Kriege im Nahen Osten das verunsichert. Wir haben das Thema Ebola, das uns rein tatsächlich noch gar nicht betrifft. Aber was die Unternehmen schon nervös macht, also es gibt beispielsweise Unternehmen, die untersagen jetzt Reisen ihrer Mitarbeiter in das Land, also nicht nach Südafrika, sondern in die Republik Südafrika. Ist zwar ein paar tausend Kilometer von den Ebola-Gebieten entfernt, aber trotzdem sagt man, wer weiß, lieber vorsichtig. Und diese Vorsicht und Verunsicherung, die reduziert natürlich die gesamte Wirtschaftstätigkeit. Herr Zydra, warum alles so plötzlich? Ja, also an den Finanzmärkten grassierte das Wort Rezession und Deflation ja schon seit einiger Zeit. Die Europäische Zentralbank beschäftigt sich ja mit nichts anderem, als Inflation zu erzeugen in der Eurozone. Und so plötzlich Finanzmärkte... Sie können auch sagen, es sind wir, die wir uns von diesem wunderschönen Sonnenschein haben blenden lassen. Ja, haben wir auch. Die Finanzkrise oder die Euro-Schuldenkrise war ja nie weg. Und die Finanzmärkte haben ja immer so diesen Helikopterblick. Und wenn die dann hören, dass Deutschland die Lokomotive womöglich nicht mehr so richtig den Karren nach vorne schiebt, dann reagieren die halt beispielsweise wie letzte Woche, wenn Griechenland dann sagt, sie wollen Ende des Jahres raus aus dem Rettungsschirm, wollen wieder alleine und ohne Aufsicht regieren. Dann sagen die Geldgeber natürlich, gut, wenn die Griechen das wollen, dann sollen sie das machen, aber dann zu höherem Zins. Und das ist passiert. Plötzlich waren dann diese Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen auf neun Prozent von sechs innerhalb eines Tages. Ja, und dann musste die EZB wieder ran und hat geholfen. Und das war vielleicht so die große Lehre aus Sicht der Märkte in der vergangenen Woche. Die Märkte haben das Versprechen der Zentralbanken getestet, ob sie im Ernstfall eingreifen. Und die amerikanische Zentralbank ist zurückgerudert und hat praktisch gesagt, sie wird weiter Geld pumpen. Die britische hat gesagt, sie macht weiter. Die wollten ja alle die Zinsen bald erhöhen. Und die EZB, die geht direkt mit Geld rein und stützt praktisch die Eurozone. Jetzt sitzen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die sagen, die Welt der Finanzmärkte, das ist alles wahnsinnig theoretisch. Aber was wird denn konkret in Deutschland passieren? Was kommt konkret auf uns zu, Frau Berschens? Ja, wir haben ja eine Halbierung der Wachstumsrate im kommenden Jahr. So ist es jetzt vom Bundeswirtschaftsminister vorhergesagt worden. Und ich denke, das kann sich durchaus negativ auch auf die Beschäftigungen in unserem Land auswirken. Zumal wir auf der anderen Seite auch die Erwartung haben, dass der Mindestlohn in Deutschland eingeführt wird. Flächendeckend überall in Deutschland derselbe Mindestlohn. Da gibt es viel Kritik. Da wird gesagt, dass insbesondere in Ostdeutschland vielleicht dieser Mindestlohn die Unternehmen überfordert. Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen. Ja, und insofern denke ich, dass vielleicht an der Arbeitslosenfront wir in Zukunft mehr Arbeitslose sehen werden. Und das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Was sind denn die Gründe? Herr Krummrei hat gesagt, Russland, drei Prozent unseres Exportes geht dahin. Die Krise dort ist ja auch nicht neu. Die Sanktionen wirken schon seit ein paar Monaten. Also jenseits der Psychologie, die Herr Zydra auch beschrieben hat. Was ist faktisch anders geworden in diesem Land? Also Psychologie, ich weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, aber Wirtschaftspolitik ist natürlich immer viel Psychologie. Und das, was an den Börsen passiert, ist auch zum Teil Psychologie. Das heißt, wenn eine Lage, die wir ja versucht haben, so zusammenzutragen, eben sehr unsicher ist, dann kann die sich schnell in die eine oder andere Richtung verstärken. Aber was man natürlich schon sehr konkret merkt, ist, dass beispielsweise die Auftragseingänge zurückgehen. Also das, was die Unternehmen jetzt merken, was dann in den nächsten halben Jahren produziert werden wird oder nicht produziert werden wird. Und was dann natürlich irgendwann auch eine Wirkung auf die Beschäftigung hat. Das merken die Leute jetzt noch nicht. Deswegen hat das Gefühl von Krise, bei dem Wetter sowieso keiner, aber eben auch konkret in der eigenen Erfahrung noch niemand. Aber man kann beispielsweise an den Auftragseingängen schon sehr deutlich sehen, dass das in dem nächsten halben Jahr nicht mehr so wunderbar sein wird wie im letzten. Wenn ich mir angucke, dass immer noch von einem Prozent Wachstum die Rede ist, wenn ich mir die Arbeitslosenzahlen angucke, die immer noch unter drei Millionen liegen, wenn ich mir die Preisentwicklung angucke, gestern so billig getankt wie seit vielen Jahren nicht mehr, dann kann man ja das Gefühl haben, gut, das ist jetzt nicht mehr so ein Boom, wie wir ihn hatten, aber das lässt ein bisschen nach. Wo ist das Problem? Naja, also bei einer... Ein bisschen rumreif, Frau Berschens. Bei einem Wachstum von ungefähr einem Prozent haben wir zumindest nicht mehr das Entstehen zusätzlicher Arbeitsplätze. Also es gibt so eine imaginäre Schwelle eines Wachstumswertes, ab wann ein Wachstum eben dann auch zusätzliche Arbeitsplätze schafft, weil für dieses Wachstum zusätzliche Beschäftigung, zusätzliche Produktion gebraucht wird. Was man also nicht nur, sagen wir es mal salopp, mit ein paar Überstunden in jeder Fabrik bewerkstelligen kann. Und diese Grenze liegt ungefähr bei 1 bis 1,4 Prozent. Solange wir also nicht da drüber kommen mit dem Wachstum, werden zumindest keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Es kann auch sein, Stichwort Mindestlohn, dass ein paar Arbeitsplätze verschwinden. Und dann wird es natürlich schon konkret. Das, was im Moment, Sie haben das Beispiel tanken angesprochen, ja sogar noch günstig ist, ist, dass merkwürdigerweise der Ölpreis nicht nach oben geschossen ist, als der Krieg im Nahen Osten ausgebrochen ist. Was aber eben daran liegt, dass die Weltwirtschaft insgesamt auf dem Abwärtswege ist, ist, sodass eben die Nachfrage nach Öl auch nicht so groß ist, wie sie in einer Aufschwungphase wäre. Eigentlich hätte man ja annehmen müssen, wenn da der Nahen Osten brennt, dass dann die Ölpreise sofort durch die Decke schießen. Das ist ausgeblieben. Frau Persson. Also ich glaube, wir haben da nicht nur ein konjunkturelles Problem, sondern auch ein strukturelles Problem in Deutschland. So einen längerfristigen, beunruhigenden Trend. Dieser Trend lautet, wir haben zu wenig Investitionen in Deutschland. Die Investitionen sind seit vielen Jahren rückläufig. Also zum einen mal die privaten Investitionen, wo man sich dann schon fragen muss, oder wo die Politik sich schon längst hätte intensiver fragen müssen, warum die Unternehmen in Deutschland immer weniger investieren, warum sie auf anderen Kontinenten, warum sie in Asien und den USA investieren und nicht bei uns. Wenn das so weitergeht, werden wir da auch ernste Probleme, unabhängig von konjunkturellen Schwankungen, bekommen. Und dann haben wir natürlich auch ein Problem mit öffentlichen Investitionen in Deutschland. Man kann jetzt meiner Meinung nach nicht sagen, dass der Bundesfinanzminister in den letzten Jahren extrem gespart hätte. Das hat er nicht. Aber es wird zu viel für konsumptive Staatsausgaben gemacht und es wird zu wenig für Investitionen gemacht. Ob das nun Infrastruktur oder Bildung ist. Jeder zum Beispiel kennt bei uns die überfüllten Universitäten. Ein Thema, wo auch viel mehr gemacht werden müsste als bisher. Und hier sehe ich auch die Ansatzpunkte für die Politik. Jetzt sind wir schon in den Überlegungen, was getan werden kann bei uns im Land selbst und was die Politik tun kann. Ich will aus dieser ersten Runde noch mal zusammentragen. Wir haben eine Situation, in der unterschiedlichste Krisen plötzlich Auswirkungen, mindestens auf die Stimmung, vielleicht auch auf die reale Wirtschaft haben. Das beginnt bei der Ukraine und Russland. Das setzt sich im nahen Osten fort mit der IS-Situation rund um die Grenzen Syrien, Türkei, Irak. Das ist so etwas wie Ebola. Herr Krummrei hat beschrieben, wie teilweise irrational die Konsequenzen auch daraus sind. Und auf der anderen Seite gibt es, Herr Züter, das haben Sie angesprochen, die Euro-Krise, von der Sie sagen, die war nie weg. Die hat man nur in Deutschland nicht gespürt. Und wir haben auf europäischer Ebene eine Zentralbank, die versucht mit Niedrigsten, eigentlich mit Nullzinsen, die Konjunktur in anderen Ländern anzuwerfen. Bevor wir darüber sprechen, was die Bundesregierung richtigerweise getan hat, hätte tun können, tun sollte oder auch nicht tun sollte, lassen Sie uns noch mal auf dieses Thema Euro-Krise kommen. Das ist ja eins, das wir in den letzten Monaten gern weggeschoben haben. Was droht da für die Bundesrepublik? Bisher sind wir da ja wunderbar durchgekommen. Die Bundesrepublik leidet unmittelbar, wenn es allen anderen Ländern in der Eurozone schlechter geht. Und denen geht es schlechter, wenn es Deutschland schlechter geht. Das ist so ein Zirkelschluss nach hinten. Ich denke manchmal, das ist noch ein viel grundsätzlicheres Problem, das die Eurozone gerade erlebt. Ähnlich wie das ja Japan auch seit einem Jahrzehnt erlebt. Ich stelle mir ja die Weltwirtschaft immer wie so ein Lagerfeuer vor. Und da liegen dann derzeit viele abgebrannte Holzstücke im Feuer. Und man wirft frisches Holz nach. Und dann wirft man Papier, sprich Geld hinterher. Sie haben es angedeutet. Damit es zündet. Damit es zündet, genau. Die Zinsen waren noch nie so niedrig wie jetzt. Sie kriegen Geld, platt gesagt, für Umme. Es wurde eine Billion seitens der EZB, drei, vier Billionen seitens der USA, der amerikanischen Zentralbank, in die Wirtschaft gepumpt. Wenn Sie im Lehrbuch nachschauen, müsste die Wirtschaft hier abgehen wie Schmitzkatze. Das ist das große Rätsel. Aber es passiert nichts. Und womöglich sind wir an einem Punkt angelangt, wo der Schuldenberg insgesamt so hoch ist, dass jeder weitere Euro, der aufgenommen wird, einem Wirtschaftswachstum eher schaden würde, als dass er ihm nützt. Also wir erreichen, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen dieser Schuldenökonomie. Und das größte Problem und dann fast schon beängstigend ist, dass es ja darauf keine richtige Antwort gibt, wie man damit umgehen würde. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Bei Griechenland, die haben inzwischen eine Verschuldung von 178 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wir sind bei 70. 78, der Stabilitätsmarkt erlaubt, eigentlich 60 als Obergrenze. 178 wird nicht zurückzuzahlen sein. Das werden die Griechen nicht schaffen. Das heißt, das ist eigentlich das Indiz dafür, dass wir diese Krise zwar in die Zukunft vertagen oder vertagt haben, dass sie aber nicht gelöst ist. Was bleibt denn aus dem, was Herr Zydra gesagt hat, anders als Ratlosigkeit? Also wenn er sagt, Mechanismen, die immer funktioniert haben, das, was in den Lehrbüchern steht, wirkt nicht mehr. Worauf kann man sich dann verlassen? Also ich möchte jetzt vielleicht etwas Positives einmal einwerfen. Und zwar, wir haben ja im Moment diese große, historisch größte Bilanzprüfung bei den europäischen Banken, die wir jemals in Europa hatten. Also das nennt sich dann Stresstest in der Fachsprache. Da werden jetzt im November die Ergebnisse verkündet. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine sehr gute Sache sein kann für die Zukunft der europäischen Wirtschaft, weil endlich die faulen Kredite in den Bankenbilanzen identifiziert werden. Und weil endlich etwas dafür getan wird, dass die Banken wieder gesunden. In den USA ist das viel früher gemacht worden als in Europa. Und das ist auch ein Grund dafür, warum Investitionen bei uns nicht in Gang kommen, weil in bestimmten Ländern, also insbesondere, ich denke jetzt an Südeuropa, großes Problem beispielsweise Italien, weil die Banken einfach keine Kredite vergeben an die Unternehmen. Und die Unternehmen können Investitionen nicht finanzieren. Und ich denke, nach dieser ganzen großen Bilanzprüfung bei den Banken könnte sich das wieder verbessern. Ja, wobei, da bin ich insofern nicht ganz so optimistisch. Der Stresstest ist gut. Die Frage ist ja nur, was am Ende mit den Ergebnissen gemacht wird. Und dann werden wir im Zweifelsfall ja wieder ein politisches Hickhack darüber kriegen. Entweder man wird bei den Stresstests schon vorher vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, geschickt rechnen, damit nicht die falschen Institute auf die Nase fallen. Oder wenn sich herausstellen sollte, dass einzelne Großbanken gerade in den Südländern eigentlich nicht genug Eigenkapital haben für die vielen faulen Kredite, die sie haben, dass man natürlich dann nicht sagen wird, dann müssen diese Banken abgewickelt werden, sondern wegen der Verflechtung Widersach, dann muss mit Staatsgeld müssen diese Banken auch wieder gerettet werden. Dann sind wir eigentlich nur insofern einen Schritt weiter, dass wir wissen, genauer wissen als früher, wo die faulen Papiere liegen. Aber die Handlungsweise, fürchte ich, wird wieder genau dieselbe sein. Und da passt dann ja eben ganz gut dazu, dass die EZB nun dieses Programm beschlossen hat, auch deutlich schlechtere Papiere als in der Vergangenheit anzukaufen. Das passt ja genau zu der geplanten Bankenrede. Und da in einer Fachdiskussion, die, glaube ich, für viele schwer nachvollziehbar ist, die nur zeigt, dass, wenn Frau Berschen sagt, naja, da könnte auch was Positives kommen, weil es vielleicht den europäischen Banken besser geht und die wieder mehr Geld ausgeben, sofort jemand kommt, der sagt, Moment mal, das kann auch alles ganz anders sein. Stehen wir der Entwicklung in Europa machtlos gegenüber oder gibt es irgendeinen überzeugenden Ansatz, wo man sagt, ja, das kann man jetzt tun, das können die Deutschen auch mit befördern und dann haben wir die Chance, dass es besser wird. Also es gibt ein paar Dinge natürlich, die, glaube ich, allgemein Konsens sind. Es ist allgemein Konsens, dass im Moment in Griechenland zu wenig, nicht nur in Deutschland zu wenig investiert wird, sondern auch in Griechenland zu wenig investiert wird. Mir hat das mal ein griechischer Unternehmer so erklärt, wenn ich mein Unternehmen in Deutschland vergrößern will, kann ich natürlich zu jeder Bank gehen und zu relativ günstigen Zinsen im Moment Geld bekommen, das hier tun. Wenn ich das in Griechenland tun will, kriege ich einfach, wie Frau Berschen es gerade schon gesagt hat, keinen Kredit, ich komme nicht an das Geld ran. Also müssen wir doch schauen, wie wir das, was Herr Zydra gerade mit diesem grundsätzlichen Problem, erwähnt hat, wie wir das gelöst kriegen. Wir haben Geld ohne Ende, wir haben eine Geldschwemme und gleichzeitig kommt bei den Unternehmen nichts an. Also wie kann man es schaffen, dass dieses Geld, was um die Welt schwappt, in Investitionen in Europa und in Deutschland umgewandelt wird, sodass die Investitionen dann zu verbesserten Fabriken führen und die dann am Ende die Arbeitsplätze schaffen. Genauso banal ist die Kette und die ist im Moment unterbrochen. Das heißt, man muss Lösungen finden, wie man das beispielsweise tun kann. Und da gibt es zum Beispiel, Herr Juncker hatte die Idee, es klingt jetzt wie nach dem nächsten großen Geldtopf, aber einen Investitionstopf für Europa aufzusetzen, wo man sagt, das Geld geht direkt an die Unternehmen, da kann dann in Griechenland auch ausgeliehen werden. 300 Milliarden Euro. Ich halte das für sinnvoll, ja. Genauso wie ich es für sinnvoll halte, dass in Deutschland die Investitionen angeregt werden. Also prinzipiell ist jede Investition gut, die eine richtige, die eine Investition ist, die Sinn macht. Und da fängt man schon an, sich immer zu streiten, was nun sinnvoll ist. Das ist ja auch immer nur so ein Bauchgefühl. Aber ich habe ja so das Gefühl, dass das Vertrauen, dass das gut geht, ist so generell weder bei vielen Unternehmen, aber auch bei vielen Bürgern nicht mehr so da. Und da spiegelt sich für mich in der Tatsache, dass wir eben bis zum heutigen Tag, und wir sind im Jahr 8 nach der Krise, immer noch praktisch abhängig davon sind, dass die Europäische Zentralbank dabei steht und einspringt mit einem Versprechen, dass nur das die Eurozone zusammenhält. Also wir sind wie so ein Kleinkind, was sich gar nicht selbst, das gar nicht selbst überleben kann hier mehr, ohne eben die Hilfe der großen Geldschöpfung zu haben, der Zentralbank. Und das ist so das Problem. Also man bräuchte, es gibt ja gute Geschichten in Europa, Spanien. Da wird es ja besser, das ist in Zahlen messbar. Und manchen Leuten geht es auch besser, die Arbeitslosigkeit steigt nicht mehr. Griechenland ähnlich, ich meine, wo die herkamen, es wird besser. Portugal auch. Und das sind ja die Geschichten, die eigentlich dann jetzt Italien oder Frankreich anstupsen sollten, dass die auch in die Richtung gehen, dass mal bestimmte Dinge verändert werden. Da bin ich jetzt kein Experte, aber da ist ja auch ein Stillstand, den die Märkte und die Geldgeber sofort registrieren. Auch auf die Gefahr hin, dass ich dann wieder als Miesmacher gelte. Es gibt ja zwei Gründe, weshalb es in Südeuropa zu wenig Unternehmenskredite gibt. Das eine ist, dass die Banken dort eben schon so viele Kredite ausgegeben haben, dass sie eigentlich nicht noch mehr Kredite vergeben können, beziehungsweise wollen. Das zweite Problem ist aber natürlich auch, wenn es dort so viele lukrative Investitionsmöglichkeiten gäbe, dann würden sich auch andere Geldgeber finden. Aber da ist eben die Skepsis auch sehr groß. Und da ist es natürlich dann schon gefährlich, wenn beispielsweise die Europäische Zentralbank sagt, die Banken kriegen Geld, wenn sie es genau an, jetzt muss man sagen, in Investitionen geben, die normalerweise keiner machen würde. Und da ist das Risiko natürlich groß, dass eben irgendwelcher Blödsinn etwas salopp finanziert wird, nur um das Geld in die Leute zu bringen. Das bewirkt dann aber nichts Gutes. Das ist dann eben vielleicht nicht, wie Herr Zuder sagte, eine sinnvolle Investition, sondern Aktionismus. Also ich bin auch der Meinung, mit den Investitionen, also prinzipiell ist es natürlich richtig, dass eine solche Initiative aus Brüssel kommt. Weil man kann ja nicht einfach die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Aber auf der anderen Seite 300 Milliarden Euro, also zum einen muss man sich mal überlegen, wo soll das Geld eigentlich herkommen, wenn die Mitgliedstaaten der Eurozone verschuldet sind. Das Geld hat man ja nicht gerade mal so in der Portokasse. Und zum anderen muss man sich auch überlegen, was ist überhaupt sinnvoll zu fördern? Oder was ist überhaupt sinnvoll? Welche Projekte sind sinnvoll? In Spanien gibt es Autobahnen, neue Autobahnen, die von der EU finanziert wurden, die ins Niemandsland führen. Auch in Deutschland gibt es Beispiele für riesige Investitionsprojekte, die an Schilder erinnern. Also ich sage nur Frankfurt, Berliner Flughafen, ja. Ich meine, da muss man sich schon genau überlegen, wofür man das Geld ausgibt. Ich mache noch mal wieder einen Strich unter dieses Kapitel, weil ich merke, wir sind, wenn wir über die europäische Situation sprechen, dort, wo wir eigentlich die letzten Jahre immer waren. Es gibt Hoffnungsschimmer, es gibt Konzepte und gleichzeitig Skepsis, ob diese Konzepte funktionieren. Bislang, das muss man sagen, hat es in einzelnen Ländern funktioniert. Dafür, wenn Deutschland, wenn die Lokomotive Europa nicht mehr zieht, kann das Ganze wieder ganz schwierig werden. Deswegen lassen Sie uns zurückgehen auf die deutsche Ebene und lassen Sie uns die Diskussion führen, die es plötzlich in der deutschen Politik, in der großen Koalition gibt, die ja so wahnsinnig harmonisch war zum Start und wo jetzt, wo die Zeiten schwieriger werden, plötzlich eigene Projekte, eigene Konzepte hinterfragt werden. Vielleicht einfach nur, um einen Überblick zu bekommen, so ich sage ein paar Stichworte und hätte gern von Ihnen jeweils einen Satz mit der Frage, ob das richtig ist. Da ist die berühmte schwarze Null, der ausgeglichene Haushalt von Herrn Schäuble. Da sagen jetzt Sozialdemokraten, alles Quatsch in Krisenzeiten oder wenn die Konjunktur lahmt, ist ein ausgeglichener Haushalt nicht so wichtig. Ich bin dafür, an der schwarzen Null festzuhalten, als Beispiel dafür, dass man sich an Verträge Europa halten muss. Außerdem haben wir seit 40 Jahren ein Konjunkturprogramm staatlicherseits gemacht und wir sehen, wo wir mit den Staatsschulden dahin gekommen sind. Anderes Thema, Herr Zürer, die Rente mit 63, da sagen jetzt die Christdemokraten, mein Gott, das hätten wir gar nicht erst anfangen sollen, das kostet uns viel Geld. Ja, stimmt, es kostet viel Geld und ich finde es komplett falsch, dass das gemacht wurde. Das ist ein völlig falsches Signal. Frau Pinzler, die Mütterrente, im Moment wird gerade umgerechnet, beziehungsweise so bis zum Jahresende sollen alle Bescheide rausgehen. Kostet auch ein paar Milliarden pro Jahr. Meine Mutter hat ihn schon bekommen, die freut sich, ich finde es trotzdem verkehrt. Müssen Sie mit Ihrer Mutter klären. Die nächste Frage ist der allgemeine gesetzliche Mindestlohn, Frau Berschen. Sie haben sich eben schon dazu geäußert, die große Mehrheit der Bevölkerung will das, die Koalition hat sich dazu entschieden. Jetzt sagen einige Unionspolitiker, halt. Wir wussten nicht, wie sich das alles entwickelt. Wir sollten da lieber nochmal auf die Bremse treten. Also der Mindestlohn musste auf jeden Fall eingeführt werden, weil es zum Teil skandalöse Dumpinglöhne in Deutschland, in manchen Unternehmen, also meinetwegen auf Schlachthöfen oder so gab. Ich bin aber der Meinung, dass er nach Regionen hätte differenziert werden müssen und das kann man ja auch in Zukunft noch so regeln. Frau Pinzler, und dann habe ich das noch. Die Frauenquote in Unternehmensvorständen, die die Bundesregierung einführen will, gefährdet nach Ansicht einiger Unionspolitiker die Konjunktur. Ja, wir haben letzte Woche in der Redaktion kurz überlegt, ob wir nicht so eine Liste der absurdesten Vorschläge machen. Und ich würde das nach ganz oben setzen. Also Frauen sind vielleicht in vielen Dingen schädlich, aber dass sie die Unternehmen nun direkt in den Ruin treiben, wenn die Quote etwas stärker, wenn die Quote überhaupt eingeführt wird, halte ich doch für so absurd, dass man darüber eigentlich nicht weiter diskutieren muss. Der gemeinsame Nenner, auf den sich die Diskussion wieder mal bringen lässt, und das erinnert eben an die europäische Ebene, ist die Frage, ob man spart oder Geld ausgibt. Das ist eigentlich so schlicht. Soll die öffentliche Hand, man kann das Investieren nennen, man kann auch, indem man Rentnern Geld in die Hand gibt, Geld auf den Markt, in den Konsum bringen. Es geht um Sparen oder Geld ausgeben. Das Symbol dafür ist die schwarze Null. Der ausgeglichene Bundeshaushalt, den Wolfgang Schäuble 2015 vorlegen will, zum ersten Mal seit 45 Jahren. Da wollten Sie eben einhaken, als Herr Krummrei gesagt hat, eisern dran festhalten. Sie sehen schon lächeln. Ja, natürlich würde ich da gerne widersprechen. Denn was wir im Grundgesetz haben, ist ja nicht die schwarze Null. Im Grundgesetz steht ja, weil die einigermaßen, weil das, was da reingeschrieben worden ist, ökonomisch Sinn machen soll, steht nicht, wir dürfen kein Geld mehr ausgeben. Da steht etwas von 0,35 Prozent des BIPs. Das heißt... Des BIPs. Des Bruttoinlandsproduktes. Danke. Was dahinter steckt, Entschuldigung, klar. Was dahinter steckt, ist, dass auch Ökonomen und Wirtschaftspolitiker wissen, dass es eine Konjunktur gibt. Darüber haben wir am Anfang gesprochen. Es geht mal hoch und es geht mal runter. Und wenn der Staat in einem konjunkturellen Abschwung auch noch spart, dann verstärkt er diesen Abschwung. Also es gibt sogar einen Kollegen, der mir gesagt hat, die schwarze Null von Herrn Schäuble sorgt dafür, dass wir null Zinsen auf den Sparbüchern haben. Das ist vielleicht etwas überzogen. Aber wenn der Staat kein Geld ausgibt in der Krise, die Privaten kein Geld ausgeben, das Ausland kein Geld mehr ausgibt für unsere Produkte, wo sollen die Zinsen dann herkommen? Wenn wir es aber mal von den Zinsen wegdenken, dann ist es tatsächlich so, dass es natürlich Sinn macht, dass der Staat sich dann mehr Geld leiht, wenn er dafür eigentlich nichts mehr bezahlt. Und wenn die Bundesregierung sich jetzt Geld auf den Märkten leiht, zahlt sie fast keine Zinsen. Das macht viel mehr Sinn, als wenn sie sich das Geld in guten Zeiten leihen würde, wenn andere das auch brauchen könnten. Also die schwarze Null ist Blödsinn. Ein ausgeglichener Haushalt über die Perspektive, über eine längere Perspektive hinweg macht Sinn. Und ich gönne Herrn Schäuble eigentlich die Null. Aber nur damit Herr Schäuble sagen kann, er ist der erste Finanzminister in der Geschichte der Bundesrepublik, der das geschafft hat, das kann nicht der Grund sein, das zu tun. Also ich würde es genau andersrum aufziehen. Die Tatsache, dass wir so niedrige Zinsen an den Kapitalmärkten haben, dass Deutschland praktisch null bezahlt dafür, dass sie Geld aufnehmen. Das ist für mich der Aufruf. Also wenn wir die schwarze Null jetzt nicht schaffen, in so einem Umfeld, also ich meine, da können wir einpacken. Weil dann wissen wir ja, sobald es ein bisschen teurer wird wieder und die Konjunktur ein bisschen schlechter läuft, dann geht das doch gerade so weiter. Und deshalb würde ich sagen, diese schwarze Null ist praktisch, da muss man unbedingt dran festhalten, um klarzumachen, dass das möglich ist. Also ich würde Herrn Zydra da zustimmen. Also prinzipiell gilt ja Schulden und auch Deutschland hat sehr hohe Schulden. Der Schuldenberg liegt in absoluten Zahlen ungefähr bei zwei Billionen Euro. Das ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Wo auch kein Mensch weiß, wie man das eigentlich bei einer rückläufigen demografischen oder Bevölkerungsentwicklung jemals abtragen soll. Aber noch weniger weiß man, wie man es mit keinem Wirtschaftswachstum abträgt. Schulden lassen sich nicht mit noch höheren Schulden bekämpfen. Und ich bin auch der Meinung, wir haben ja jetzt keine schwere Wirtschaftskrise in Deutschland. Wir haben einen leichten Abschwung. Und das rechtfertigt das nicht, endlich einmal von der Haushaltskonsolidierung, also schon wieder von der Haushaltskonsolidierung abzurücken. Jetzt ist, Herr Krummrei, die schwarze Null ja nicht irgendein absolut bestimmbarer Punkt. Das ist nicht wie Nullgrad, wo Wasser gefriert, was sozusagen eine objektive Grenze ist, sondern da sind Experten dabei und sagen, das gehört dazu, das kann man mitrechnen, das nicht. Und wir schieben die Zahlen und am Ende steht eine Null. Ist es dann wirklich so wichtig, ob da eine Null steht oder ob man noch mal 5 Milliarden aufnimmt? Naja, erfahrungsgemäß bleibt es ja nicht bei noch mal 5 Milliarden. Und die Bundesregierung hat ja gerade 10 Milliarden alleine für das gesamte Rentenpaket verpulvert. Von daher, die Argumentation von Frau Pinzler, und ich hoffe, der Kollege, den Sie zitiert haben, ist nicht Teil der Wirtschaftsredaktion, sondern aus einem anderen Ressort. Das ist ja genau diese gefährliche Argumentation, mit der wir in den letzten 40 Jahren zu diesem Schuldenberg von 2 Billionen gekommen sind. Wir dürfen uns jetzt nicht von diesen niedrigen Zinsen verleiten lassen, noch mehr Schulden aufzunehmen. Ich versuche es mal mit einem einfachen Beispiel. Wenn heute jemand ein Haus bauen will, ein Privater, dann sagen alle völlig zu Recht, nutzen Sie die niedrigen Zinsen für eine langfristige Finanzierung. Und das, was Sie dann wenig, Sie müssen wenig für Zinsen ausgeben, tilgen Sie ganz viel, damit Sie am Ende, wenn Sie mal umschulden müssen, nicht einen hohen Schuldenstand haben. Und dann vielleicht in 10, 15 Jahren mit hohen Zinsen plötzlich erdrosselt werden von Ihren vielen Schulden. Und genau das Gegenteil wird uns nun für den Staat empfohlen. Das kann nicht gut gehen. Im Moment ist es in der Tat so, dass wir durch die niedrigen Zinsen im Bundeshaushalt jedes Jahr weniger Geld für Zinsen aufwenden müssen, obwohl unsere Schulden immer noch steigen. Klingt ja toll. Wenn wir aber mal in eine Phase kommen, dass die Zinsen wieder höher sind, dann haben wir natürlich genau den umgekehrten Effekt. Und dann ist die Politik völlig handlungsunfähig, weil sie eben viel, viel mehr Geld für Zinsen ausgeben muss. Deshalb, jetzt sind wir nun zum dritten Mal in den letzten 20 Jahren ganz nah dran. Es hat in der Vergangenheit schon nie geklappt, weil leider immer irgendwas dazwischen kam. Aber es war gut, dass Steinbrück damals davon abgelassen hat. Wenn er damals in der Krise weitergewandt hätte, dann ging es uns schlechter. Es ging damals nicht anders. 2008, als die Finanzkrise nach der Stelle kam. Es gab aber einen Wachstumseinbruch von minus 5%. Und jetzt sind wir bei einem Prozent. Und es ist überhaupt nicht nötig, jetzt schon wieder das nächste Strohfeuer zu starten. Ich würde gerne, ich bin nicht Teil der Wirtschaftsredaktion. Ich habe auch nie in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet. Deswegen kann ich die Fragen auch ohne den notwendigen Hintergrund stellen. Das, was ich wahrnehme, auch an diesem Tisch, ist, dass wir eingangs beschrieben haben, wie gewaltig die Risiken sind. Und dass wir im Moment in der Bundesrepublik nur vor einem etwas geringeren Wachstum stehen als erwartet. Aber dass wir eine Weltlage haben, eine europäische Lage, bei der die Gefahr groß ist, dass es plötzlich wieder sehr viel schlechter wird. Dann haben wir darüber gesprochen, was getan werden kann. Und dann habe ich Ihren flammenden Appell, Frau Berschens, noch im Ohr. Wir müssen mehr investieren. Was nach meinem Verständnis heißt, man muss Geld ausgeben. Und jetzt reden wir konkret darüber. Und dann sagt eine Mehrheit am Tisch, 3 zu 1. Naja, investieren mag wichtig sein, aber der Bundeshaushalt muss ausgeglichen sein. Wie geht das? Ich verstehe, dass wir nur die Wahl haben, entweder, wenn wir jetzt die Finanzminister wären, das Komitee der Finanzminister, entweder wir geben Geld aus, um Brücken zu bauen, Straßen zu reparieren, was auch immer, Schulen. Oder wir sagen, nö, ist nichts auf dem Konto, machen wir nicht. Gucken wir zu. Also ich denke, vielleicht gibt es da doch noch eine dritte Möglichkeit. Nämlich, dass wir für andere Dinge Geld ausgeben. Also ich meine, es sind auch in letzter Zeit staatliche Leistungen beschlossen worden, deren Sinn sich nicht unbedingt erschließt. Ich denke da ans Betreuungsgeld, was ja besonders umstritten war. Und man kann ja auch darüber nachdenken. Ein paar hundert Millionen im Jahr, das ist jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Naja, aber wenn man den Bundeshaushalt mal durchforsten würde, nach staatlichen Leistungen, wo man kürzen könnte, bin ich der Meinung, dass man sehr wohl umschichten könnte. Das ist mit Sicherheit möglich. Und im Übrigen, mehr investieren heißt auch nicht unbedingt mehr Geld ausgeben. Das ist ein Teil der Sache, wo ich der Meinung bin, dass Geld anders ausgegeben werden muss. Der andere Teil ist, Bedingungen zu schaffen, damit private Unternehmen wieder mehr investieren. Beispielsweise, dass man sagt, vielleicht muss nicht überall in Deutschland der Mindestlohn dieselbe Höhe haben. Dass man sich da mal Gedanken drüber macht. Und natürlich, man kann auch private Investitionen durch staatliche Förderung anstoßen. Darüber wird ja jetzt auch auf europäischer Ebene nachgedacht, dass die Europäische Förderbank, die Europäische Investitionsbank, mehr Kredite vergibt an Unternehmen, mehr Förderkredite, damit private Investitionen anstößt. Deshalb wird jetzt auch über eine Kapitalerhöhung bei der Europäischen Investitionsbank nachgedacht. So lassen sich dann die staatlichen Kosten für mehr Investitionen in Grenzen halten. Ich glaube, wir müssen trotzdem eins noch mal grundsätzlich klären. Ich glaube, es gibt in der deutschen Politik keinen schlechteren Begriff als den der schwäbischen Hausfrau, weil der komplett falsch verstanden worden ist. Die schwäbische Hausfrau ist ja keine Hausfrau, die immer spart, sondern die spart in guten Zeiten dafür, dass es den schlechten ausgeben kann. Und das Zweite, was daran missverständlich ist, ist, dass eben der Haushalt einer Volkswirtschaft nicht funktioniert wie ein Sparkonto eines Privaten. Wenn in einer Krise, und ich sage nicht, dass wir jetzt schon morgen in der Krise sind, aber wenn in einer Krise alle sparen und der Staat spart auch noch, dann verstärkt er diesen Abwärtstrend. Und ich bin wahrlich, ich habe ein wachstumskritisches Buch geschrieben, also ich bin wahrlich keine, die sagt, wir brauchen Wachstum um jeden Preis. Aber dass wir eine atmende Wirtschaftspolitik brauchen, die in schlechten Zeiten dagegen hält und den guten auch, ich glaube, das sagen fast alle Ökonomen. Mario Monti hat letzte Woche bei uns gesagt, das ist ein Italiener, der aber den Deutschen sehr positiv gegenübersteht. Man muss unterscheiden zwischen Ökonomie und ökonomischer Theologie. Und das, was in Deutschland mittlerweile um sich greift, ist die Theologie. Wir halten an dieser schwarzen Null fest, als ob unser Seelenheil davon abhängt. Und das ist, glaube ich, einfach Unsinn. Aber ich zitiere jetzt, wenn ich darf, gerne mal die Kollegin Pinzler. Es ist ja Geld ohne Ende da. Es ist nur nicht beim Staat. Also ist es doch sinnvoller, als dass der Staat neue Schulden aufnimmt, es so zu organisieren, dass dieses viele private Geld genutzt wird. Zum Beispiel... Ich bin Bundesregierung, was muss ich tun? So, man kann natürlich sich überlegen, dass man öffentliche Investitionen, die wir ja auch verstärken wollen, privat finanzieren lässt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist so ähnlich wie Verschuldung. Ganz konkret. Ja, warum werden die Staaten... Wir können, das findet ja teilweise statt, nur in viel zu kleinem Ausmaß, privat finanziert eine Autobahn bauen. Dafür wird das Baukonsortium vom Staat natürlich entlohnt, über die Jahre. Das wird also über die Jahre praktisch abgestottert. Der Bundesrechner sagt, das ist viel teurer, als wenn der Staat es macht. Der Vorteil ist aber, dass der Staat sich nicht ad hoc in einem großen Betrag verschulden muss. Und der Witz ist ja, so Verträge laufen in der Regel über 30 Jahre. Nach 30 Jahren gehört die Straße dann aber nicht mehr dem Privaten, sondern dem Staat. Aber der Staat hat mehr dafür gezahlt, als wenn er es selber macht. Er hat aber jetzt nicht diese enorme Verschuldung. Ich halte da in der Zukunft. Nein, dadurch, dass man es strecken kann. Es ist, glaube ich, sehr viel praktischer. Wir können privates Geld in Hochschulen leiten. Wir können privates Geld in Schulen leiten. Im Moment wird ja auch privates Geld und Zeit in Schulen geleitet, wenn nämlich die Eltern zum Ferienende die Klassenräume renovieren, weil die Schule oder die Stadt kein Geld hat. Man kann etwas tun, damit private Unternehmen mehr in Forschung investieren. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob es Mitnahmeeffekte gibt. Aber das ist eine Forderung, die es ja schon lange gibt, dass man also weniger Steuern zahlt, wenn man mehr in Forschung und Entwicklung investiert. Auch das wäre eine relativ einfache Sache. Ich habe es verstanden. Ich würde gerne Herrn Zydra noch fragen. Also Frau Berschens legt auf den Tisch, ich lasse das mit der Investitionsbank mal weg, weil das ist mir wieder zu kompliziert. Aber sie sagt, wenn man den Mindestlohn nicht überall gleich einführt, verhindert man zumindest negative Effekte. Wäre was, was wir vielleicht noch besprechen müssen. Und Herr Krummer sagt, möge doch die Firma, weiß ich nicht, Zyblin oder wie sie alle heißen, Hoch und Tief, wenn es sie noch gibt. Nein, Hochtief heißen sie. Mögen die doch die Autobahn bauen und die neuen Brücken. Und das ist zwar ein bisschen teurer für den Staat, aber dafür haben wir nicht die Schulden. Herr Zydra, was ist Ihr Vorschlag? Es gibt ja einen Vorschlag, der gefällt bestimmt allen. Eine Zentralbank könnte ja ab morgen beginnen, auch die EZB uns allen jeden Monat 1.000 Euro zu überweisen. Geht das? Das geht, natürlich geht das. Die Zentralbank hat alle Macht der Welt so etwas zu tun. Die kann einfach sagen, es werde 1.000 Euro. Es werde 1.000 Euro. Und wir sind da natürlich noch nicht, und das ist auch ein bisschen ketzerisch, aber das ist sozusagen, da kommt das Geld immer, da kommt es immer warm raus. Ja, also die Zentralbank, da, ich meine warmes Wasser, die Zentralbank kann natürlich immer Geld. Und in die Richtung läuft es ja auch irgendwie, aber das haben Sie, glaube ich, jetzt nicht gefragt. Ich bin jetzt kein Experte für die Haushaltspolitik, aber im Kern, ich kann mir jetzt, die schwarze Null oder nicht, plus, minus 15 oder 20 Milliarden, das kann es ja jetzt bei so einem Haushalt auch nicht sein. Das kann ja das Schiff auch nicht wenden. So viel Geld ist es ja dann auch nicht, was man dann aufnimmt. Also so ein Durchforsten des Haushalts und Umschichten, die Idee, also würde ich sagen, das geht. Es gibt ja noch eine andere... Das ist nicht so ganz neu, ne? Natürlich nicht. Das muss es ja nicht falsch sein. Es gibt ja außerdem noch eine Möglichkeit, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich wir haben noch nicht die Einnahmeseite des Staates angesehen. Und hier gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen Möglichkeiten, dass ich sage mal... Steuern erhöhen. Ja, nicht irgendeine Steuer, aber man muss sich doch vielleicht auch in Deutschland, wenn man sich ansieht, wie die Einkommens- und Vermögensverteilung in unserem Land ist, sag ich jetzt als jemand, der beim Handelsblatt ist, muss man sich vielleicht doch auch mal überlegen, wie man eigentlich bei den großen Vermögen ansetzt. Also ich meine, eine Vermögenssteuer halte ich auch aus verwaltungstechnischen Gründen für keine besonders gute Idee, was allerdings sinnvoll wäre, meiner Meinung nach, ist bei der Erbschaftssteuer etwas zu tun. Die Erbschaften werden in Deutschland entschieden zu wenig versteuert und es wird sehr viel vererbt in den nächsten Jahren. Wissen Sie, was mir gerade bewusst wird? Ich will keinen dieser Vorschläge bewerten, aber uns allen ist klar, es sind Vorschläge, die zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf von verschiedenen Parteien vorgebracht wurden. Private Investitionen statt öffentliche Investitionen. Mindestlohn ja oder nein, aber Erbschaftssteuer als konkretes Beispiel sind Parteien für angetreten. Wir sind so ein bisschen zurück auf Los. Diese große Koalition, die diese Konflikte zwischen Union und SPD durchaus ausgetragen hat im Wahlkampf, hat sich darauf verständigt. Wunderbares Konjunkturwetter. Wir machen alles gleichzeitig. Nichts, was wehtut. Vieles, was Geld kostet. So, jetzt ist aber die Diskussion wieder da. Das, was Sie hier miteinander diskutieren, ist auch im Bundestag diese Woche passiert. Passiert auch in der großen Koalition. Deswegen zum Schluss der Sendung, die schwarze Null steht ja auch symbolisch dafür, Frau Pinzler, meine Frage. Was passiert denn jetzt in der Bundesregierung? Wie wird denn dieser Konflikt gelöst? Zwischen Sozialdemokraten, die sagen, nö, der Staat muss mehr Geld ausgeben. Ich überspitze, aber es ist so. Und dem schwarzen Finanzminister, der sagt, möchte die Null in meiner Farbe. Also die Sozialdemokraten haben natürlich eine unglaubliche Angst, oder zumindest der sozialdemokratische Wirtschaftsminister vor solchen Aussagen, wie sie die gerade getroffen haben, weil sie ja nicht als die Partei dastehen wollen, die das Geld ausgegeben hat. Ich habe das überzeichnet, aber es gibt Stimmen aus der SPD. Es gibt Stimmen aus der SPD und gleichzeitig sagt der Wirtschaftsminister, nee, ich will nicht der Erste sein, der das tut, das soll Herr Schäuble sein. Und meine Prognose ist, dass in dem Augenblick, in dem die Konjunktur wirklich einbricht, Herr Schäuble, das sein wird. Der wird von der schwarzen Null abrücken. Es hängt aber, wie gesagt, tatsächlich von der Konjunkturempwicklung ab. Aber Herr Schäuble ist, glaube ich, kein orthodoxer Neoliberaler, der sagt, der hätte die schwarze Null gerne, aber in dem Augenblick, in dem er merkt, dass es der deutschen Ökonomie massiv schadet, wird er davon abrücken. Frau Berschens, was ist Ihre Prognose im Blick jetzt auf diese Regierung und die Spannungen, die da kommen? Es ist schwer vorherzusagen, wie sich das dann mit der schwarzen Null am Ende auskommen wird. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin und auch der Bundesfinanzminister es ernst meinen mit dem ausgeglichenen Haushalt im kommenden Jahr. Ich bin froh darüber, dass sie es ernst meinen und ich bin mal gespannt. Also ich würde eher darauf tippen, dass es natürlich unter der Voraussetzung, dass wir nicht noch einen schlimmeren Abschwung erleben, dass es bei der schwarzen Null bleibt. Glauben Sie denn, dass Dinge wieder aufgemacht werden, die Sie eben angesprochen haben, also die Rentengesetze oder der Mindestlohn, das sind Dinge, die ja teilweise richtig als Gesetz verabschiedet oder mindestens fest verabredet sind? Wird schwierig. Ich meine, ich würde es für vernünftig halten, wenn man es täte, aber ich weiß nicht genau, ob es mit der SPD zu machen sein wird. Also ich halte das für ausgeschlossen. Das wird nicht nur an der SPD, scheitern, sondern auch an Angela Merkel, weil sie das auch beispielsweise sehr bei Schröder immer kritisiert hat, dieses Hin und Her und Nachbessern. Das wird sie auf jeden Preis vermeiden. Aber es gibt jede Menge Spielräume im Haushalt, vielleicht noch eine Zahl. Jedes Jahr werden zwei Milliarden Investitionsmittel gar nicht ausgegeben aus dem Bundeshaushalt, weil man mit der Planung nicht rechtzeitig fertig geworden ist, da, wo es dann eben vielleicht verbaut werden soll. War nicht die Frage, auf die ich zum Schluss angemacht. Jedenfalls Änderungen zurücknehmen wird man leider diese Fehler alle nicht. Herr Züttra, mit Blick auf die Bundesregierung, was ist Ihr Gefühl? Sie haben viel von Ihrem Bauch gesprochen heute. Ja, also der Druck ist ja enorm. Der IWF, die Amerikaner und alle anderen in der Eurozone sagen, die Deutschen müssen mehr ausgeben. Also der Druck, die Null zu kippen, ist riesig. Und ich denke, wenn das Wachstum, wenn da jetzt nicht bald was passiert, dann kippt das. Am Ende dieser Sendung können wir das zumindest festhalten, dass die veränderte wirtschaftliche Situation, die veränderten Konjunkturaussichten dafür gesorgt haben, dass das, was im vergangenen Jahr als Koalitionsvertrag verabredet wurde, jetzt plötzlich wieder hochstrittig ist und kein klarer Weg absehbar ist, den die Bundesregierung im Moment gehen wird. Ich bedanke mich, empfehle Ihnen, wenn Sie uns in der ARD zuschauen, jetzt den Bericht aus Brüssel innerhalb des Europa-Magazins. Rolf-Dieter Krause geht unter anderem auf die wirtschaftliche Situation in Frankreich ein und bei Phoenix gibt es gleich Nachgefragt. Tschüss, lassen Sie es gut gehen. Willkommen zurück. Presseclub Nachgefragt im Radio, bei WDR 5, im Fernsehen, bei Phoenix. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wir beginnen in Senftenberg und geben Kerstin Weidner das Wort. Guten Tag, Frau Weidner, willkommen in der Sendung. Ja, ich finde Ihr Thema sehr interessant. Alle jammern vom Abschwung oder was heißt einige. Meine Frage ist, ist es nicht jammern auf hohem Niveau? Denn wenn Sie ehrlich sind, haben viele Menschen gar nicht profitiert von diesem sogenannten Abschwung. Ich möchte das begründen. Und zwar in meinem Umfeld, gerade hier im Osten von Deutschland, gab es zwar Arbeitsplätze, die geschaffen worden sind, aber alle im Niedrigsektor-Bereich, im Minijob-Bereich oder nur über Maßnahmen, sodass viele Bürgerinnen und Bürger von dem eigentlichen Aufschwung gar nichts hatten. Selbst die Rentenerhöhungen haben eigentlich nur ausgeglichen, was an Kosten teurer geworden ist oder zum Beispiel Säulzien ausgleichen, haben es noch nicht mal. Genauso auch die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Zwei war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, damit die Menschen nämlich nicht wieder auf die Straßen gehen und nicht wieder demonstrieren, so wie 2004. Ich sehe das so, dass nur einige wenige von dem Aufschwung profitiert haben und wir schon lange keinen Aufschwung mehr gesehen haben. Wir einfachen Bürger. Frau Weidner, danke, dass Sie das Gefühl so ausgedrückt haben. Senftenberg ist in, jetzt kann ich nur falsch liegen, in Sachsen? Nein, in Brandenburg bei Cottbus. Okay. Wir haben, ich erwidere jetzt einfach mal und sag mal, was mir durch den Kopf geht. Wir haben ja Landtagswahlen gehabt in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen und haben wie immer bei Landtagswahlen von der ARD ziemlich breit repräsentative Befragungen gemacht, was die Menschen dort denken und fühlen. Und zu meiner großen Überraschung ist es auch in Brandenburg so, anders als in früheren Aufschwungssituationen, dass über 70 Prozent der Brandenburger gesagt haben, mir persönlich geht es wirtschaftlich gut. Glauben Sie, das, was Sie beschreiben, sind dann einfach die anderen 25, 28 Prozent? Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben mittlerweile mitgekriegt, dass sich die Bürger angepasst haben. Wir sind auch erstaunt über die Wahlergebnisse. Ich bin eine kleine Opposition, muss ich dazu sagen. Wir haben ganz anders Sie sind Opposition, okay. Also ich sage dazu, wir müssen auch damit sehen, Brandenburg, der demografische Wandel schlägt zu. Deswegen haben wir sehr viele Senioren und Senioren haben leider Gottes immer das Ansicht, dass sie sich demütig zurückziehen. Deshalb bin ich ganz stolz, dass in Berlin Senioren wieder auf die Straße gehen und für eine Grundrente für 1.250 kämpfen. Frau Weidner, ich bedanke mich. Also das war jetzt keine Antwort, sondern eine kleine Replik von mir. Aber wer möchte auf Frau Weidner eingehen? Herr Krummrath? Also natürlich ist es regional unterschiedlich. Aber wenn in den Jahren, in den letzten Jahren 2 Millionen Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, also nicht in Maßnahmen, wie Frau Weidner sagte, 2 Millionen Arbeitsplätze entstanden sind, kann man glaube ich nicht sagen, dass es an Normalbürgern der Aufschwung völlig vorbeigegangen ist. Frau Weidner hat eine andere Empfindung. Ich habe ja auch einen Einwand gebracht, aber wichtig, dass wir beides gehört haben. Und jetzt gehen wir nach Buxtehude. Mario Arendt ist in der Leitung. Herr Arendt, guten Tag. Ich bin gespannt, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage an Herrn Krummrei. Und zwar ist er wirklich der Meinung, dass die Rente mit 63, da kommen ja sowieso kaum welche hin, mit 45 Beitragsjahren und so, dass das verpulvertes Geld ist, und an Frau Berschens habe ich mal die Frage, warum gleich immer wieder an die Dinge gehen, die uns eigentlich nützen, dass man jetzt schon wieder sagt, ja, der Mindestlohn, und das könnte auch irgendwie, vielleicht da ein bisschen weniger, und warum werden diese Sachen gleich wieder eingedampft? Das ist ja auch immer wieder der Satz von den sozialen Wohltaten, als wenn man uns quasi etwas gibt, was wir nicht verdient haben. Das verstehe ich nicht. Frau Berschens, dann Herr Krummrei. Also ich bin nicht der Meinung, Bleiben Sie an Bord, Herr Arendt. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass der Mindestlohn auf gar keinen Fall eine soziale Wohltat ist. Das ist keine soziale Wohltat, sondern es geht hier darum, und ich bin dafür, dass das endlich gemacht worden ist, dass Arbeit angemessen entlohnt wird in Deutschland. Das ist keine soziale Wohltat. Allerdings muss man doch sehen, dass die Lebensverhältnisse in München vollkommen andere sind als in Frankfurt an der Oder. Und das muss der Mindestlohn meiner Meinung nach reflektieren. In Frankfurt an der Oder zahlt man für eine Miete weniger als die Hälfte wie in München. Und das muss der Mindestlohn meiner Meinung nach auch reflektieren. Herr Arendt, von Ihnen ein Satz dazu? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Waren Sie mal, dass die Spekulationen oder die Spekulanten oder die Heuschrecken auch in Frankfurt an der Oder eingekommen sind. Okay, jetzt wieder Herr Krummrei zum 1. Punkt. Ganz kurz. Soziale Wohltat und Abführung Rente mit 63. Ich halte die Rente mit 63 so, wie sie jetzt gemacht worden ist, für alle, die die Bedingungen erfüllen, für falsch. Wäre viel sinnvoller gewesen zu sagen, die Erwerbsunfähigkeits-, Berufsunfähigkeitsrente verbessern, den Zugang dorthin erleichtern, für diejenigen, die wirklich nicht mehr können. Es geht ja nicht darum, jemanden, der kaum noch arbeiten kann, irgendwie an den Arbeitsplatz zu fesseln. Aber das für alle zu machen, die die 45 Jahre erfüllen, das halte ich für einen Fehler. Kostet 3 Milliarden. Das hätte man besser regeln können. Also Sie meinen lieber die Kranken, die es nötig haben, aufzuhören, besser stellen? Die müssen aufhören dürfen, genau. Okay, Herr Arendt, ein letzter Satz von Ihnen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute nicht wissen, dass z.B. die Mütterrente mit der Witwenrente verrechnet wird. Das ist aber jetzt ein neues Fass. Okay, aber danke, dass Sie dabei waren, Herr Arendt. Ja, gut, danke. Tschüss. Wir gehen nach München. Frank Kennemann, guten Tag. Ja, grüß Gott. Sie haben das Wort. Meine Frage an die Runde wäre, wie kann man denn in einem solchen wirtschaftlichen Aufschwung wirklich daran denken, wieder erneut Schulden zu machen? Das ist die berühmte schwäbische Hausfrau, die sagt, ich gebe nur so viel aus, wie ich habe und ich spare für die Notzeit. So ist es ja nicht. Es ist ja noch nie gespart worden für die Notzeit. Selbst die Amerikaner schaffen es in guten Jahren, Hunderte von Milliardenüberschüsse zu erwirtschaften, die dann auch wieder zur Schuldentilgung herangenommen werden. Und ich kann nicht verstehen, dass dieser Aufschwung, der ist ja von dem Volk getragen. Also wir haben ja doch Nettozuwachs deutlich schwächer als der Rest von Europa. Und ich sehe nicht ein, dass ich von diesem Geld, das wir erwirtschaftet haben, jetzt auf einmal Schulden machen wollen, bloß weil das Ausland ist von uns verlangt. Das sehe ich nicht ein. Also ich finde, um auch in Zukunft kreditwürdig zu bleiben als Staat, muss man in guten Zeiten Schulden abbauen. Herr Kennemann, danke. Es haben alle am Tisch genickt, als Sie gesagt haben, in guten Zeiten ist noch nie gespart worden. Also da hatten Sie sofort die Zustimmung der Runde. Frau Pinsler, Sie haben die Gegenposition in der Sendung vertreten. Ich habe Sie insofern nicht vertreten, als dass ich für die Schuldenbremse bin und natürlich auch dafür, dass man in guten Zeiten spart. Mein Petitum war ja nicht zu sagen, spart nicht in guten Zeiten. Mein Argument war, es ist weniger sinnvoll, in schlechten Zeiten zu sparen als in guten. Das heißt, wenn wir das intelligent machen, dann sparen wir in den guten Zeiten und haben dann das Geld, das wir in den schlechten Zeiten ausgeben können. So ist die Argumentation. Genau, aber wenn man in guten Zeiten nicht spart, dann hat man das Geld nicht für die schlechten Zeiten. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wir haben natürlich in den schlechten Zeiten... Aber das Kind ist im Brunnen, Herr Kennemann, nicht? Ja, aber man kann jetzt sagen, wir machen immer so weiter, aber dann wird es im Endeffekt, kommt die Rechnung. Man kann nicht immer nur Geld rücken, was warm aus dem Wasserhahn läuft. Wenn es von irgendwas zu viel gibt, ist es irgendwann nichts mehr wert. Und dann kommt die ganz große Rechnung. Und dem kann man doch vorbeugen. Ja, Frau Pinsler, ein Satz noch? Ja, einer der Gründe, warum die Staatsverschuldung nach oben gegangen ist, war tatsächlich die letzte Krise, die wir, wie wir gerade diskutiert haben, ja immer noch nicht überwunden haben. Also, dass unsere Staatsverschuldung nach oben gegangen ist, hat auch was damit zu tun, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind. Wir gehen weiter, bleiben aber in Bayern. In Eichstätt ist Jan Gärtner am Telefon. Herr Gärtner, guten Tag. Ja, guten Tag. Folgendes, muss man in einer Krise nicht Geld in die Hand nehmen, also eventuell sogar neue Schulden machen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Das ist Ihr Gefühl? Herr Gärtner, das ist Ihr Gefühl, dass man das tun sollte? Ja, das ist mein Gefühl, genau. Dass man das tun sollte. Dass man Geld in die Hand nehmen sollte, um die Wirtschaft wieder zu animieren, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir gerade vorher gehört, dass nie in guten Zeiten wirklich gespart worden ist. Glauben Sie, dass das jemals passieren kann? Die Frage ist, also, was sind gute Zeiten? Das ist die Frage. Also, waren wir wirklich in guten Zeiten? Zum Beispiel bei den Arbeitslosenzahlen. Da sind die Millionen Hartz-IV-Jährige gar nicht mehr drinnen. Waren wir da wirklich in einer guten Zeit? Das ist immer die Frage, die man stellen sollte. Ja, das ist eine gute Rückfrage. Danke, Herr Gärtner. Frau Berschens, mögen Sie? Also, ich möchte vielleicht, um das Veranschaulichen meiner Argumentation, mal das Beispiel Italien nehmen. Italien hat eine Staatsverschuldung von 130% der jährlichen Wirtschaftsleistungen. Und das bedeutet, jetzt, wo das Land in der Krise ist, und es ist in der Krise, die Wirtschaft wächst überhaupt nicht mehr in Italien. Bei uns wächst es ja immerhin noch. Hat der Staat überhaupt kein Geld mehr, um gegenzusteuern. Das ist die Situation, da kommt man irgendwann hin, wenn man den Schuldenberg immer weiter, wenn man immer noch einen draufsetzt und immer noch einen draufsetzt, dann ist der Staat irgendwann vollkommen handlungsunfähig. Und kann auch für die Armen in der Bevölkerung nichts mehr tun. Und ich glaube, dass wir durch die Schuldenkrise in der Eurozone alle gewarnt sind. Denn das kann allen Ländern passieren, in Europa, das kann auch Deutschland passieren, dass wir an solchen Punkt kommen. Und deshalb ist es einfach wichtig, Staatsverschuldung auch mal abzubauen. Aber deswegen haben wir ja die Schuldenbremse im Grundgesetz. An der will ja gar keiner rütteln. Die Frage ist nur, und die haben wir ja versucht zu diskutieren, wie wendet man die intelligent an? Muss man in einer Rezession nicht anders mit dem Sparen umgehen? Ich glaube, die schwierige Aufgabe für die Politik ist genau den Punkt zu finden. Wie weit kann man gehen? Also wie weit ist es verantwortbar? Und ist genau diese schwarze Null die Grenze? Oder liegt die da, wo die Schuldenbremse es sieht? Ja, Herr Gärtner, danke, dass Sie dabei waren. Grüß nach Eichstätt. Und Schrobenhausen ist unsere nächste Station. Jutta Panac. Guten Tag, Frau Panac. Ja, grüß Gott, mein Name ist Jutta Panac. Und zwar habe ich eine Frage zu dieser Mütterrente. Eigentlich muss ich sagen, habe ich es eigentlich auch satt, dass man ständig über diese Mütterrente redet und diskutiert. Weil wir bekommen als normale Angestellter und Arbeiter zwei Rentenpunkte. Jetzt sagen Sie dann schon wieder, es ist eine Neiddebatte, aber Beamte bekommen seit jeher drei Rentenpunkte. Und ich habe vier Kinder geboren und bin auch nicht in die Arbeit gegangen, weil ich meine Kinder selber aufwachsen, sprechen, laufen und gehen, also das erfahren wollte, und nicht über einen Kindergarten. Ich konnte als Krankenschwester nachts Teilzeit arbeiten, habe aber trotzdem eine hohe Einbuße, weil man ja nicht voll arbeitsfähig war. Und für mich war die Ehe eigentlich auch eine Institution, um Kinder in die Welt setzen zu können, weil sonst würde das ja keine richtige Familie sein. Und ich möchte so anbieten, man könnte den Beamten einen Rentenpunkt nehmen, um die Kosten zu sparen für die Politik. Und man könnte aber auch das Kindergeld reduzieren für Menschen mit einem Nettoeinkommen über 100.000 Euro. Weil die benötigen auch, glaube ich, dieses Kindergeld nicht so sehr. Und ja, also das war es eigentlich. Und ich denke, auch eine Witwenrente, wenn für eine Frau eine Rente über 1.500 Euro, ist auch sehr hoch. Das müsste dann eben auch nicht sein. Und dieses erreiche ich ja nicht einmal. Das ist jetzt so meine Frage. Und ich denke, antworten könnte vielleicht der aus der Runde, der vielleicht Beamter ist oder das höchste Einkommen hat. Ja, darüber habe ich Vermutung. Beamter ist keiner bei uns. Aber kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich weiß, ich weiß nicht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist staatsfern und hat mit Beamtenzugen nichts zu tun. Frau Panner, ich weiß aus einer Sendung, die wir bei Renten und Pensionen gemacht haben, wie sensibel das ist. Es funktioniert ein bisschen anders bei den Pensionen, aber die sind natürlich im Durchschnitt deutlich höher als die Renten. Ich finde erst mal Ihren Impuls absolut nachvollziehbar. Danke, dass Sie uns das geschildert haben. Und ich würde versuchen, die Frage so zuzuspitzen. Sie haben ja Punkte jetzt genannt zum Schluss, das Kindergeld für Gutverdiener zum Beispiel, sehr hohe Renten. Wo Sie sagen, gib das Geld doch da aus, wo es sozial notwendig ist. Und nicht da, wo einfach alle gleich behandelt werden sollen, Herr Südra. Ist das ein Ansatz? Sie waren ja auch für Haushalt durch Forsten. Ja, ja, das ist eine wunderbare Idee. Ich meine mich nur zu erinnern, dass das irgendwie juristisch ein Problem ist. Dass jeder den Anspruch hat, aber das kriegt man auch gelöst. Finde ich eine super Idee. Verfassungsrechtlich geht es mit dem Kindergeld nicht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Gericht. Enden wir in Berlin bei Eckhardt Heinrich. Guten Tag, Herr Heinrich. Ja, guten Tag an die Runde. Meine Anmerkung und Frage ist im Prinzip ganz einfach. Es geht an der Binnennachfrage, die man erhöhen muss, aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Stieglitz und Krugman, Nobelpreisträger, sagen, Deutschland soll investieren. Und wo nehmen wir das Geld her? Ganz einfach, ich empfehle der Runde das Buch von Piketty, das Kapital des 21. Jahrhunderts. Sagen Sie es uns kurz. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, man nimmt das Geld von den großen Kapitalien durch eine entsprechende Kapitalsteuer, die zur Roosevelt-Zeit mal 80 Prozent betrug, die muss nicht so hoch sein, um das Kapital zu besteuern. Denn in diesen Jahren wächst das Kapital um ein Vielfaches mehr als die Wachstumsraten und die Ungleichheit verstärkt sich. Also Binnennachfrage stärken, Kapital, großes Kapital besteuern und dieses Geld investieren. Meine Frage an den neoliberalen Denker, Sie wissen schon, Herr Krummrei, Sie haben 20, 25 Sekunden. Also Binnennachfrage ist in Deutschland auf gutem Wege, weil die Lohnerhöhungen der letzten zwei Jahre deutlich größer waren als früher. Das war auch richtig so. Also das wirkt sich auch aus. Mit dem Besteuern des großen Kapitals ist es dann etwas schwierig, wenn das große Kapital dann nicht mehr in unserem Land ist. Und dann fehlt uns auch dieses Geld wiederum für Investitionen. Ist auch so eine Frage von, man sagt ja, irgendwie ist das richtig, man müsste es nur möglich machen können. Und auch da kann der Wille vielleicht einen Weg ebnen. Ich bedanke mich insbesondere für die muntere Runde zum Schluss. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, schönen Sonntag aus Köln. Danke, dass Sie dabei waren.